Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu OpenSense. Ja, ich kann jetzt tatsächlich mal OpenSense sagen, wir machen nicht wieder irgendwas drumrum oder Setup oder sowas. Wir machen heute die ersten Schritte nach dem Installieren und nachdem alles soweit funktioniert, die man bei OpenSense machen sollte. Viel Spaß. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß. Okay, meine Freunde. Wir haben als allererstes eine Sache nicht gemacht, die wir im Setup hätten machen können, die wir da nicht gemacht haben. Und zwar, wenn wir hier unter System gehen, also hier drüben erstmal so ganz grob OpenSense bzw. die GUI davon. Ihr kennt die ja schon so ein bisschen. Hier sind erstmal unter Lobby-Dashboard alle Sachen einverzeichnet. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal vorgestellt. Ihr könnt hier License, Passwort und Lockout machen. Das sind so die wichtigsten Funktionen. Reporting ist so ein bisschen das, wie ist euer System gerade? Wie fühlt es sich? So Gemütszustand. Hier haben wir einmal, wie gesund ist denn unser System? Wie hoch ist die Auslastung? Was passiert hier eigentlich gerade alles? Das machen wir noch separat irgendwann. Das Reporting in OpenSense ist auf jeden Fall irgendwann mal ein Thema. System kommen wir gleich dazu. Interfaces, da haben wir uns schon mit rumgeschlagen. Das ist quasi das, wo man die virtuellen Maschinen mit OpenSense verknüpfen kann. Denn OpenSense ist ja wie gesagt eine Firewall in einer virtuellen Maschine bzw. in unserem Fall in einer virtuellen Maschine. Kann aber auch wo ganz anders drin sein. Firewall ist das Stichwort, das wollen wir natürlich konfigurieren, damit der Traffic, der über die Interfaces läuft, eventuell gefiltert werden kann. Und deswegen wird es natürlich auch sehr, sehr viel um Firewalls gehen. Immerhin haben wir dazu quasi eine Reihe gestartet. Dann haben wir hier unten aber auch noch was ganz Tolles, nämlich VPNs. Kommen wir auch noch dazu. Ist ein wunderbares Mittel für Security auf eurem Server. Und wir haben hier unten noch einige zusätzliche Services, die hier gebündelt wurden. Also sowas wie zum Beispiel Intrusion Detection. Ist auch hier dabei. Und Power ist glaube ich selbsterklärend. So, was wir jetzt bei System machen wollen, ist hier erstmal alles zu konfigurieren. Ihr könnt hier natürlich auch mal durchgucken, was ist eigentlich Access. Aha, da geht es darum, was für User haben wir hier drauf. Wenn ihr ein Multi-User-System habt, könnt ihr hier natürlich neue User hinzufügen. Ich glaube, das sind aber Dinge, die ich hier nicht erklären muss. Ich will sie trotzdem mal kurz erwähnt haben, dass ihr euch im Interface ein kleines bisschen durchwühlen könnt und wisst, wo die Sachen grob sind. Hierzu kommen wir vielleicht noch in einem separaten Video. Ansonsten ist hier eigentlich soweit alles mal gesagt. Und was natürlich ganz besonders wichtig ist, sind hier unten für uns gerade zumindest die Settings. Also ihr seht, das ist ein Menü mit Untermenü mit Untermenü. Und dann gibt es hier noch einige Einstellungsmöglichkeiten. Das ist quasi unmöglich für mich, alles hier vorzustellen. Das sollte aber auch in Ordnung sein für euch. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz auf General. Und hier sehen wir zum Beispiel den Host-Namen, das passt für uns. Die Domain passt auch für uns. Timezone könnt ihr einstellen, könnt ihr aber auch einfach so lassen. UTC ist eigentlich so der Standard, den kann man durchaus da lassen. Dann haben wir hier die Language auf Englisch gestellt. Ich würde das auch so beibehalten, denn in jeder Dokumentation werdet ihr alles auf Englisch finden. Übrigens auch in der von OpenSense. Lest euch die Dokumentation durch, wenn ihr einzelne Punkte nicht wisst. Und benutzt halt von mir aus den Übersetzer dazu. Das ist ganz normal, dass man hier das Ding in Englisch hat. Und wenn ihr mal von einem deutschen OpenSense auf ein englisches wechselt, dann seid ihr verwirrt. Wenn ihr von einem englischen auf einen deutschen OpenSense-Server wechselt, dann wahrscheinlich eher ein bisschen weniger. So, Theme ist, ja, optisch, brauchen wir nicht. Okay, was wir allerdings nicht eingestellt haben, ist der Gateway, beziehungsweise der DNS. Und das müssen wir immer ganz kurz nachholen. Und ja, dazu mal ganz kurz DNS. Was ist eigentlich DNS? DNS, ganz simpel gesagt, löst Namen auf. Ja, das heißt, wenn ich hier in Proxmox meine Konsole von der OpenSense aufrufe und hier einmal ganz kurz auf Shell wechsel, dann kann ich hier einen Ping 1.1.1.1 machen. Das funktioniert, da kriege ich auch eine Antwort zurück. Wunderbar. Was passiert denn, wenn ich allerdings Ping Google.com mache? Naja, da kriege ich auch eine Antwort draus. Aber genau genommen läuft hier der Ping erstmal nicht direkt zu Google, sondern wir machen erstmal ein DNS. Das heißt, eine DNS-Auflösung. Und wollen erstmal wissen, was ist denn eigentlich Google.com? Wo kriegen wir das her? Und ein DNS macht eben genau das. Und das könnte ich hier einstellen. Es ist offensichtlich ein Standard-DNS eingestellt. Das heißt, ansonsten hätte ich ja natürlich nicht Ping Google.com machen können. Dann hätte ich hier nichts zurückbekommen. Das heißt, es gibt offensichtlich schon ein DNS. Ihr könnt hier aber eure eigenen hinterlegen. Und jetzt der Punkt, warum ich euch das zeige, warum ich das sinnvoll finde, dass man das hier einstellt. Wenn ich hier, also wenn ich einfach den Standard-DNS drin lasse, ich weiß nicht tatsächlich, was genau da hinten dran konfiguriert ist. Könnte man nachgucken, müsste man aber etwas suchen. Habe ich bisher tatsächlich nicht getan, weil ich eine faule Sau bin. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, welcher da benutzt wird. Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt hier natürlich ganz einfach einen DNS benutzen, der zuverlässig online ist, relativ schnell antwortet und ja, da für euch immer verfügbar ist. Und deswegen würde ich das eigentlich schon ganz gerne machen, dass wir hier zumindest ein paar Backup-DNS-Server drin haben. Das heißt, ich mache hier einmal den 1.1.1.1 rein. Das ist der von Cloudflare. Und Google hat 8.8.8.8.8. Beziehungsweise, soweit ich weiß, 8.8.4.4 auch noch. Den lassen wir aber draußen. Ich glaube, zwei DNS-Server sollten uns ausreichen. Und die können wir zumindest höchstwahrscheinlich immer erreichen. Also einen von den beiden. Ich glaube nicht, dass beide ausfallen. Wenn ja, dann werden wir andere Probleme haben. Dementsprechend machen wir hier einmal ganz kurz safe. Unser nächster Schritt wäre hier drin erstmal natürlich Updates zu installieren. Ist klar, oder? Dementsprechend haben wir natürlich auch am Ende mehr Möglichkeiten. Wir werden sehen, dass wir diese Updates sogar brauchen für etwas, was aktuell eben noch nicht so Standard ist. Aber was in unserem Setup wichtig ist. Und deswegen gehen wir hier oben einmal kurz zu Firmware. Und zu... Ja, wir gehen einfach mal auf Status. Das ist quasi die erste Seite. So, da sehen wir, die Version von OpenSense, die wir drauf haben, ist 221.1.2.2. Wir sehen hier auch, was alles dabei ist. Welches Flavor wir haben. Und welchen Commit wir genau benutzen. Und so weiter und so fort. Wir können hier auch Settings einstellen. ChangeLog haben wir auch. Und wir sehen hier im ChangeLog, tadaa. Das ist nicht die neueste Version, die wir von OpenSense haben könnten. Da gibt es noch ein paar andere dabei. Und wir sehen hier auch übrigens Updates, beziehungsweise die Outputs fürs Update. Wir haben hier Plugins und wir haben hier Packages. So, was wir als allererstes mal machen, ist, wir checken einmal für Updates oder nach Updates. Und sehen dann dieses Ding hier. So, da haben wir quasi eine Zusammenfassung, was alles passiert ist. Also Security Updates und weitere Improvements, weitere Patchnodes und so weiter und so fort. All das brauchen wir eigentlich gar nicht mal so genau zu. Also wir sollten schon durchlesen, aber wir wissen, was da drin steht. Und hier sehen wir tatsächlich auch ein Hotfix wurde rausgebracht zum Beispiel. Das ist auch ganz cool. Jetzt sehen wir hier erstmal einen ganzen, ganzen Haufen Pakete, die hier nicht mehr aktuell sind. Und dieses Update braucht auch ein Reboot. Das sehen wir hier. Und das wird also eine Weile dauern, weil das halt so ein großes Ding ist. Deswegen machen wir hier mal Update und dann wird auch automatisch gerebootet, wenn es fertig ist. Und wir sehen, das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil wir können hier einfach so ein Update durchführen. Müssen dazu nicht mal uns irgendwo reintun. Also das macht das quasi von selber. So, dann wenn das Update fertig ist, könnt ihr euch wieder einloggen und dann seid ihr schon wieder drin. Und ja, könnt ihr immer ganz kurz wieder zurückgehen auf System Status. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben einfach nur ein kleines Update gehabt quasi. Jetzt gehen wir nochmal her. Check for Updates. Und lassen wir uns nochmal durchlaufen. Wir sehen hier, wir können tatsächlich oder sollten müssen upgraden auf Version 22.7. Weil die Observant Owl anscheinend ihr Live-Ende erreicht hat. Und ja, die ist eigentlich die gewesen, die wir auch runtergeladen haben. Fragt nicht genauer nach, bitte. Deswegen, ja, Backup und so weiter solltet ihr zu dem Zustand noch gar nicht brauchen unbedingt. Aber wäre vielleicht nicht schlecht. Aber wenn ihr irgendwas Krasses machen wollt oder sowas, dann ja. Ja, okay. So, und wir klicken jetzt hier einfach auch mal auf OK, weil wir können das Ganze auch von der GUI aus updaten. Beziehungsweise upgraden auf eine große Version. Und das ist schon eine, ich mache nochmal ganz kurz hier die Patch Notes durch. Ja, das ist eine sehr große Version. Ausrufezeichen. Noch mehr Ausrufezeichen. So, hier. Das sind die Known Issues and Limitations. Und wir sehen, dass die uns eigentlich für unser aktuelles Setup zumindest nicht direkt betreffen sollten. Kommt aber noch wahrscheinlich. So, und ja, jetzt können wir hier einfach sagen, okay, wir machen ein großes Upgrade. Und machen hier auch mal OK. Und auch hier müssen wir wieder einmal kurz alles durchlaufen lassen. Ein Reboot ertragen. Und dann sind wir wieder da. So, meine Freunde. Und damit sind wir auch nach diesem Upgrade wieder da. Wir haben eine OpenSense 22.7 jetzt. Wuhu. Und wir wechseln einmal wieder auf die Firmware, den Status. Und sehen auch hier OpenSense 22.7, äh 22.7, 4.2.7 wäre ein bisschen alt. So, wir machen nochmal Updates und sehen hier, tadaa, jetzt ist grün. So, und da sollte es auch immer sein. Es sollte immer bei euch grün sein. Denn, wie gesagt, in Updates stecken auch sicherheitsrelevante Updates drin. Und was noch viel relevant, nicht viel, was nicht relevanter ist, aber was auch sehr wichtig ist. Wir wollen ein, ähm, tolles Paket installieren. Und zwar, das, äh, also das ist ein Plugin, ja. Das heißt, es hat was mit dem System zu tun, was quasi irgendwas kann. Hier gibt es verschiedene Sachen. Ähm, sowas wie Dynamic DNS, sowas wie Web Server Cache, sowas wie, wie auch immer. Es gibt viele Sachen hier. Ihr könnt selber lesen, so. Und OS QEMU Guest Agent ist das, was wir hier installieren wollen. Ich möchte nochmal an der Stelle kurz erzählen, was wir für einen Setup haben. Unser Server läuft auf OpenSense. Äh, läuft auf Proxmox. Ja, das war schon mal schön falsch. Unser Server läuft auf Proxmox. Das heißt, der ist erstmal ein ganz normales Proxmox-System. Und darauf laufen weitere virtuelle Maschinen. Und diese virtuellen Maschinen, die enthalten in unserem ersten Fall hier OpenSense. Die anderen sind noch nicht da. Es werden aber noch weitere, also produktive virtuelle Maschinen auf diesem Proxmox angelegt werden. Und auf die kann man dann zugreifen. Aber der komplette Traffic kommt erstmal auf den Proxmox, wird dann weitergeleitet an OpenSense. Dort läuft die Firewall. Und von dort geht es weiter an die virtuellen Maschinen, die eben nicht selbst firewallen sollen. Wir wollen es ja extern machen. Also, ähm, wollen wir, ähm, im Endeffekt, das ist erstmal unser komplettes Setup. Wir wollen im Endeffekt alles auf diesen Proxmox laufen lassen. Unter anderem eben auch OpenSense. Und OpenSense hat so ein paar Sachen. Zum Beispiel kann ich hier sagen, hey, Shutdown oder Stop oder Hibernate oder, oder, oder. Und, ähm, wenn ich jetzt einfach nur, ähm, oder wenn ich ein paar Sachen davon machen möchte, dann funktionieren die nicht so freiwillig, wie ich das möchte. Ähm, weil ich eben keine Guest Agents installiert habe. Das heißt, ähm, ja, die, die Kommunikation ist relativ einseitig. OpenSense weiß nicht, dass es eine virtuelle Maschine ist. Und dementsprechend ist es schwer dazu zu ordnen, hey, das war gerade ein Shutdown-Befehl. Oder, hey, ich will dich einfach nur abwürgen. Die können nicht so gut miteinander sprechen. Deswegen benutzen wir den OS-Q-Emo Guest Agent einfach hier noch zusätzlich. Äh, upgraden solltet ihr übrigens komplett unabhängig von dem, was ich jetzt gerade installiere. Auch wenn ihr sagt, hey, das brauche ich auf keinen Fall. Aber den OS-Guest, äh, OS-Q-Emo Guest Agent, der sollte installiert werden. So, wunderbar. Und jetzt, äh, wechseln wir einmal ganz kurz, ähm, gehen wir erstmal kurz aufs Dashboard. Ähm, genau, sieht, da, genau. Da sehen wir den Q-Emo GA, den Q-Emo Guest Agent, der läuft da noch nicht. Können wir hier auch tatsächlich mal starten, wenn wir das wollen. Da könnt ihr generell alle Services im Überblick behalten und könnt sagen, hey, ich will die gerne zurücksetzen, ich will sie neu starten, wie auch immer. Ihr könnt aber hier unten auch unter Services mal aufklappen. Und zwar hier den Q-Emo Guest Agent gibt es hier auch. Und hier unter den Settings, beziehungsweise den Logs, findet ihr natürlich die Logs, ist klar. Aber die Settings sagen euch auch aus, was genau das Ding eigentlich kann. Und, ähm, was da eigentlich alles passiert. So. Wir applyen mal, dass wir diesen Service enablen wollen. Und gehen zurück zur Lobby. Mal gucken, ich glaube, er startet sich noch nicht. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Play. Und, ähm, Entschuldigung. Wir sehen, dass wir hier den Q-Emo Guest Agent zwar versucht haben zu aktivieren, aber er nicht möchte. Und wenn wir hier unter Services und dem Q-Emo Guest Agent Logs mal gucken, sehen wir hier Fail to Initialize Guest Agent Channel. Was wir nämlich noch nicht gemacht haben, ist die andere Seite der Kommunikation zu starten. Und, ähm, was wir natürlich einfach machen können, ist hier, wir gehen in Proxmox rein. Und hier drin dann unter den Options sehen wir hier, was alles drin ist. Q-Emo Guest Agent ist da. Warum funktioniert es nicht? Nein, Spaß. Es ist Default Disabled, ja. Das heißt, wir editen das ganze Ding mal und sagen hier Use Q-Emo Guest Agent. Und wir werden auch hier gebeten, ähm, bitte einmal ganz kurz die, äh, Q-Emo Guest Agents schon in der VM zu installieren. Haben wir schon gemacht, also klicken wir jetzt hier auf OK. Und wir sehen jetzt hier, dass das ganze Ding enabled ist. Und ja, jetzt können wir es nochmal probieren. Gehen wir hier einmal wieder auf unsere Lobby, auf unser Dashboard starten, unseren Q-Emo Guest Agent. So, ähm, ich hatte vergessen, sorry, die, ähm, Virtual Machine einmal kurz neu zu starten. Hier einfach auf Reboot klicken, dann habt ihr hier ein Enabled stehen. Und, ähm, hier im Dashboard habt ihr dann auch schon den Q-Emo Guest Agent am Laufen. Und das passiert auch völlig automatisch. Also, wenn ihr es neu gestartet habt, müsst ihr den Q-Emo Guest Agent nicht nochmal irgendwie starten oder sowas. Sondern das passiert ganz wunderbar. So, perfekt. Und damit haben wir ein laufendes System, das eigentlich alles hat, was wir drin haben wollten. Jetzt können wir nämlich auch direkte Kommunikation zwischen Proxmox und der OpenSense theoretisch nutzen. Ähm, werden wir auch, oder nutzen wir sowieso schon teilweise, werden wir aber auch noch später mal brauchen. Gut, das war's von dem grundlegenden Setup. Was ihr erstmal ändern solltet, wie gesagt, Updates machen, Q-Emo Guest Agent installieren und DNS-Server eintragen. Und den Rest schauen wir uns in den kommenden Videos an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.